Die Floh, das ist also ein absoluter Hochgenuss. Manitex! So, wir sehen einen Piloten, der diese Maschine fliegt für die Firma Schweighofer. Und in diesem Fox ist auch die Turbina eingebaut, die jetzt von Schweighofer verklagiert wird. Die Jetcast-Turbine informiert sich am Stand der Firma Schweighofer über dieses Abtreib, ist schon erstaunlich. Wir sehen hier am Kultusfeld, die Maßstab 1 zu 2. Also das Original ist nur doppelt so groß, als das für eine Leistung ist, die hier abgerufen wird. Und der Junge ist wirklich gut, ich schätze mal auch so ein Kunstflugass. Ja, und ich bin also wirklich überrascht, Maßstab 1 zu 2. Und der fliegt die hier wie ein relativ kleines, fast wie eine Schaumwaffe, uns um die Ohren. Also schon unglaublich, dass wir hier eine gute Zauber mit der Fox Barstab 1 zu 2 für die Firma Schweighofer. Ja, das ist der Bernhard Kager, wenn meine Information stimmt. Wer bestimmt. Ja, ich bin auch eine gute Zauber mit der Fox Barstab 1. Jetzt noch ein schöner Rollkreis und das Ganze im absoluten Tiefstflug, absolut präzise. Da wird keine Meter Höhe verschenkt, abgebaut oder sie wollen. Also das ist durchaus mal ein kräftiger Züchterklauswert für unseren Piloten der Firma Modell Sport. Mein Kollege von Bernhard Prager. Ja, Bern Prager is really doing a very, very good job here. He is flying from the Red Bull Sport, Schweiger. And now he is batting the wings for handoff display. And he is flying also for jetpack. These are the engines which you can buy with Modell Sport Schweighofer. Now the Fox is getting on into. We have another powered glider just starting the engine. This now is a DG303. All these powered gliders are...